Wenn in Los Angeles Partys gefeiert werden, dann entweder zu neuen Musikalben, Filmen oder wie gestern zur L.A. Motor Show. Und hier mussten die Engländer mit geladenen Whips eine Raubkatze britisch Nobel zu feiern. Schneller, eleganter und schärfer. So soll das neue Jaguar F-Type Coupé sein. Und das wurde gestern in L.A. in absoluter Hollywood-Manier vorgestellt und in Szene gesetzt. Das komplett aus Aluminium gefertigte F-Type Coupé ist das dynamischste und sportlichste Serienmodelle Jaguar-Geschichte. Aber schauen Sie selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017